Herzlich Willkommen zum 19. Türchen des Pyra Twins Kalenders. Morgen stehen dann schon die Zweier am Anfang der Zahl. Und ja, ich würde sagen, wir schauen direkt mal Türchen Nummer 19. Gibt ja nicht mehr viele zur Auswahl. Das Ganze steht hier links. Ist wieder ein etwas kleineres Päckchen hier. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal rein. So, jetzt hier Türchen Nummer 19. Ich schaue direkt mal rein. Enthalten war ein Vulkan von Veko. Noch ziemlich gute Verarbeitung. Hier haben wir eine NM von ca. 20 Gramm. Und ich glaube, das ist ein österreichischer Vulkan. Und als zweiten Artikel haben wir hier die Luftdekursfontäne von Helios Veko Feuerwerk. Hier haben wir eine NM von ca. 23 Gramm. Und ja, dann haben wir heute auch wieder zwei sehr schöne Leuchtfeuerwerkartikel enthalten. Und dann würde ich sagen, wie immer, gehen wir das Ganze gleich mal draußen zünden. Und los geht's. So, ich würde sagen, wir starten mit dem schönen Vulkan. Und wir starten mit dem schönen Vulkan. Sehr schöner Gold-Effekt und jetzt noch die schöne Luftikostantäne. Viel Spaß! Ja, sehr schön. Waren auch jetzt wieder zwei sehr schöne Artikel. Hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Vergesst nicht zu abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao!